… Es ist die Kraft der Liebe, es ist die Kraft der Frieden. Es ist die Kraft der Liebe, es ist die Kraft der Frieden. 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 Wir brauchen Weltfrieden. Und dies ist eine Idee, die man schluckt und lebt. Und ich lebe diese Idee so weit, dass ich mich mit Weltfrieden nicht gemischt habe. Und ich habe jetzt ein Lied für Sie heute geschrieben und ich singe das jetzt. Es ist die Kraft der Liebe, es ist die Kraft der Frieden. Und hinaus. Es ist die Kraft der Liebe, es ist die Kraft der Frieden. Es setzt die Arm-Fist in den Wald mit der Kraft der Liebe. Es ist die Kraft der Frieden. Es bleibt Menschen. Mich bringt eine Erfahrung mit einem aufwachsenen DDR. Die Erfahrung der Wendezeit, dass es möglich war, durch den festen Glauben und den Mut von einigen Wenigen das völlig Unerwartete zu erreichen. Wenn unser Projekt Erfolg haben soll und das wollen wir, dann braucht es etwas Freundschaftliches, also etwas Gemeinsames, ein Miteinander, die aber nur dann sichtbar ist, wenn man auch heikle Themen miteinander diskutieren kann. Also wenn man Träume ist, wenn richtige Träume sind, dann kann man auch schwierige Themen aussprechen. Heute ist ein bedeutender Tag für Berlin. Das ist die Kraft der Frieden. Das ist die Kraft der Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020